Traditionelle kirgisische Jurte Die Kirgisen nutzten die Jurte traditionell als nomadische Behausung. Es ist seit Jahrhunderten ein unverzichtbares Zuhause, das Familien vor Kälte, Hitze und schlechtem Wetter schützt, während es von Natur umgeben ist. Die Jurte besteht aus einem runden Holzrahmen, der mit Filz bespannt und mit Seilen geflochten ist. Es lässt sich in kurzer Zeit einfach auf- und abbauen. Handwerker, darunter sowohl Männer als auch Frauen, die über Kenntnisse im Jurtenbau verfügen, stellen immer noch Jurten und ihre Innendekoration her. Die bei der Jurtenherstellung verwendeten Materialien sind natürlich und erneuerbar. Die Herstellung von Jurten bezieht die gesamte Gemeinschaft der Handwerker ein und fördert gemeinsame menschliche Werte, konstruktive Zusammenarbeit und kreative Vorstellungskraft. Das Wissen und die Fähigkeiten im Jurtenbau werden traditionell innerhalb der Familien oder von Lehrern an Lehrlinge weitergegeben. Alle Feierlichkeiten, Zeremonien, Geburten und Hochzeiten wurden traditionell in einer Jurte abgehalten, die als Symbol für Familie und Gastfreundschaft dient und für die Identität des kirgisischen Volkes von grundlegender Bedeutung ist. Hier gestellt von The Nomad Jurts Company. Besuchen Sie uns auf Instagram at nomadiurts. The Nomad Jurts Company.